Stell doch erstmal dein Rad ein und starte dann einfach die Zeit ein, dann hast du das schon mal hinter dir. So. Die ein, zwei Sekunden später sind egal. Stell dein Rad ein, starte die Zeit im Team und dann sagst du du startest und dann starte ich die Zeit im Team, dann ist die Synchron. Ja, warte, ich mach erstmal... ...dann dein Schiff wird ja nach da hinten, du Lümmel, du. Der ruht sich da aus. Ja, ich bin gleich so weit, ich muss doch erstmal hier... Die Variante haben ja noch nicht gespielt, wie sie wird. So, jetzt will ich mal kurz nochmal was machen, ich muss doch kurz was ausschalten und zwar... ...den Namen der Player und den Chat will ja ausschalten, alles klar. Dann habe ich mich alles nackig. Ich habe alles weit eingestellt, Toni. Ich starte jetzt meinen Stream. Ach, den habe ich schon gestartet sogar, tatsächlich. Dann starten wir tatsächlich jetzt die Zeit, würde ich sagen. Dann bin runter von drei auf eins, dann starte ich. Ja. Zwei, drei, eins, go. Okay, dann darfst du losfliegen. Ich fliege los, warte mal kurz. Das machen wir auch. Ähm, ich fange mit dem Grün an. Den flippe ich dann jetzt einfach mal hier. Zack. Und dann muss ich einfach auf Move drücken hier, ne? Zack. Geil gemacht. Und dann gebe ich mir tatsächlich einen Fokus. Dann ist der Gelbe dran. Der nimmt sich auch einen Fokus. So. Hier gibt es ja auch einen Fokus. Und dann ist mal ein Dreier dran. Der muss einmal würfeln. Ach, guck mal. Ich muss diese Dinger festmachen. Wie kann ich die denn hier mal festmachen, hier? Welche Dinger? Die hier. Meine Räder. Ja. Ja, das passiert nur, wenn man Schiffe zu nah dran kommen, dann werden die Kinder, dass sie zu einem anderen Schiff gehören. Das ist da. Wie würfel ich hier nochmal? Erzähl mal. Mit F. Ja, oder du nimmst einfach die Würfel hinten in der Ecke, die wir schon für mich vorbereitet haben. Die wunderschönen, die hier. Guck mal. Ja. Du hast eine Apple. Hier. Klicke da mal drauf. Ja. Einmal. Und dann würfelt der Automat. Und dann wird dir oben in deinem Bildschirm angezeigt. Regulator. Crit. Ein Crit. Das heißt, ich krieg noch bei Hit und Auge. Bei Hit und Auge, genau. Wenn du nämlich diese Würfel benutzt, dann sehen die Zuschauer auch das, was du gewürfelt hast. Du brauchst keine Cam. Achso. Ich kann die hier nutzen dann, oder? Ja. Dann musst du immer wieder da reinschmeißen, genau. Dafür ist das schwarze Loch. Ah. Okay. Okay. Guck mal. Und jetzt würfel. Der würfelt automatisch. Du musst nichts machen. Ich hab jetzt ein Auge. Ich stehe da oben. Wer sagt okay. Ein Auge gewürfelt. Und dann sehen deine Zuschauer ziemlich auf. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Du musst ja nicht an Ransen holen, oder? Wie siehst du? Ich denke, wo ansieht man schon. Kann man halt gucken, ja. Ja. Dann ist fertig. Kaido ist dran. Kaido sagt, er gibt eine Macht aus. Ja. Okay. Nimmt sie den Boost. Ja. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Ich will nochmal unseren. Ähm. Und mach dann eine Zweierrolle. Äh. Dann noch deine Rolle. Für mich. Das ist krass. So. Ich will nochmal unseren Stream noch mal teilen bei uns an der X-Wing Gruppe. Ja. Mach mal. Vielleicht guckt da noch irgend so ein. So eine verwehrte Seele uns noch zu, hier heute. Ähm. Und die Attraktion nehme ich nicht hin. Toni, wie du lockst dich ein. Ich seh das. Ich bin eingeloggt. Einmal weil ich keine Liebe habe. Aber ich gucke nicht. Ich brauch das. Alles gut, mein Freund. Warte. Warte. Ach, wenn die Schiffe zu nah dran sind, ist das automatisch das. Okay. Ja, das passiert schon mal. Oder wenn die aneinander bumpen, passiert das auch? Ja, gut. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Na gut. Neue Runde. Neue Runde. Neues Glück. Du ruhig könntest ja auch bei mir gucken. Du brauchst ja nur im Discord bei mir zu gehen, dann siehst ja, was ich einfühle. Ich glaub dir das. Ich glaub, der ist mein Freund. Du hast eh keine Chance gegen mich. So. Ja, aber das ist egal. Hauptsache, wir haben Spaß. Ich hab lange gehört mit dir gespielt. Ja, warte mal. Ich muss mal. Du hast auf jeden Fall zwei Zuschauer. Immerhin. Der eine bist du da vorne. Okay. Warte mal. Jetzt erstmal muss ich hier abräumen. Mir den Rotz hier. Arbeit. Ich warte noch. In der Vorwelt hast du weniger Arbeit. Einfach. Genau. Okay. So. Jetzt muss ich tatsächlich mal schauen. Was mach ich? Der Toni wird immer mich versuchen zu flanken. So kenn ich ihn. Er war nie anders. So. So. Der hier. Der Kollege macht ein ganz wildes Manöver. Ja. Ja. Okay. Bin soweit. Toni. Bin soweit. Ich bin auch nie so groß. Ich bin soweit. Jo. Darf ich? Ja, ja. Ja. Es fängt der Rote an. Ja. Super. Dann ist der Gelbe dran. Zack. Der ist gebammt. Unglaublich. Skandalös. Aber egal. Das ist auch nicht wichtig gerade für mich. Und der warmt auch. Dann ist er dran. Und er ruft hier längs. Und gibt sich ein Fokus. Dann bist du dran, Toni. Nein, bin ich dran. Ich lass mich überlegen, was ich fliegen möchte. Will ich eine Macht abschieben? Ähm. Ist das so ein Flieger? Nein. Haben wir. Ich leute mir mal ein bisschen die Flieger. Ich muss mal ein bisschen lauter, deutlicher sprechen. Halt mal das Mikro am Mund. Ich habe gesagt, ich muss dir dann hier eine Macht aus für eine Fassrolle. Dann nimm ich den Stress für einen Boost. Ja. Flieg mal weg. Krieg ich dich eh. Und dann baust du den Stress aufrecht wieder ab, weil ich ein blaues Manöver fliege. Wahnsinn. Was du alles hier kannst doch. Das ist ja unglaublich. Öhm. Der Tagelof gibt es nicht. Wo ich zuvor habe ich schon. Das haben wir nicht jetzt mit dem. Dann ist mein Freund 1. Dann. Ich baue dann die T-Token ab. Nimm da in meinen T-Token. Wer. Wer. Ich lass mich gut überlegen. Du haust ja immer nur ab, alles klar, okay, dann sind wir durch mit der Runde, ne? Dann schauen wir mal weiter, so, du willst da hinten hin. Dann schauen wir mal, was machen wir jetzt? Du bist aber, vom Mikro her bist du, ist das eine schlechte Qualität, muss ich sagen? Ich höre mich zum Beispiel sehr klar und deutlich, aber ist egal. Ach schon. So, warte mal, und der Kollege, der will jetzt hier rein, die haben beide Proton-Raketen, was haben die drauf hier? Nee, der hat gar nichts, der hat nur eine Protone, ne? Hat er beides, Proton und eine Ion-Rakete, hat zwei Sachen? Ja, das ist alles in der Bildung, das ist alles in der Raketen. Das ist ja Wahnsinn, was du alles so kannst. So, warte mal, ich bin auch gleich fertig. Ähm. Okay, also ich bin soweit durch. Ah, kein Stress, kein Stress. Ich schreibe nochmal. So, warte. Kann ich weiter machen? Ja, ja. Okay, der Rote fängt an. Ist rübergefahren, ich muss jetzt mal würfeln. Ähm. Ja. Nichts. Blank, da passiert nichts. Ähm. Aber auch keine Aktion. So, jetzt ist der Gelbe dran. Der gibt sich einen Fokus als Aktion. Und dann ist der Grüne dran. Der bammt, aber das ist nicht schlimm. Und dann ist er hier unten dran. Und der gibt sich einen Fokus. Dann bist du dran. Ähm. Dann machen wir Teile zuerst. Ich werde mich kurz überlegen. Ja. Ich glaube, so machen wir das. Es gibt eine Macht aus. So. Ja, mach mal, du mächtiger. Ja, du spielst ja jeden Tag zwanzig Spiele. Du musst das ja können, mein Bester. Ich habe zwanzig Spiele, oder? Egal. Es gibt keine Macht aus. Ich spiele normal. Ah. Wir wollen ja ein bisschen eckmalen, oder? Ähm. Ich nehme auf jeden Fall... Ah. Ich nehme auf jeden Fall... Ja. Ich gehe auf jeden Fall. Ich nehme auf jeden Fall... ...so cool. Hm... Ne. Die haben alle nur zwei Würfel... Und ich nehme die doch primär Werte. Ähm... Ich nehme den Lock. Ähm... Den da. Und jetzt recht... Mache ich jetzt Fassbraue. Dann machen wir deine Fassrolle. Ja, okay. Dann ist er fertig. Dann ist OneRace dran. Baut dann die Fassrolle ab. Nimmt nen Rhein. Den Lock? Ja. Baut mal runter, nimm mal das. Dann machen wir auch mal 4, 4, 3, 4. Jo. Für einen. Einmal, wenn man lockt, das lockt sich natürlich aus. Ja, mach mal. Für drei. Ui. So, dann habe ich zwei Verteilungswürfel. Nein, drei, weil du hast ja Fernsehen bestimmt. Ja, wir haben nur einen, ne? Wir haben nur zwei. Hm. Das ist ja not so gut. Gebe ich jetzt mal Fokus aus? Ja, ich gebe tatsächlich mal Fokus aus. Dreh ein. Das war auf zwei, ne? Genau. Auf drei, genau. Und dann verlieh ich beide Schilde. Richtig. Und jetzt darf ich ein Strain nehmen, um es wieder fassen zu nehmen. Äh, genau. Und das mache ich auch. Strain, Strain, Strain. Und dann kriegst du ein Lock. So, wie war das nochmal? Das lege ich bei mir erstmal rauf. Genau. Damit das Lock völlig markiert ist. Dann? Und dann lege ich das hier rauf? Ja. Okay, alles klar. Okay, das haben wir. Ähm, dann ist Kailo dran. Kailo ist in Reichweite 2 auf den da. Hm. Nehmen wir mal eine Ionenrappete. Ja. Das heißt, du hast nur zwei Worte zur Verteidigung. Ja. Gebe ich jetzt Lock aus? Jawohl. Für 2. Okay. Ah, ich weiß jetzt nicht mal. Das ist auch zu nehmen. Jo. Ein Schaden und einen Ionenmarker. Leider ja. Leider ja. Das war der Rote. Der verliert ein Schild bei mir. Und einen Ionenmarker. Das ist das Ding hier. Okay. So, jetzt muss ich mal schauen. Ah, ich habe dich nicht, ähm. Nein, ich bin nicht im Bult. Ah, ich bin keine Art von denen, deswegen ist es kein Target. Oh, das ist aber schade. Okay, alles klar. Dann fange ich mal an. Ja. Und ich fange an mit, den Vortok muss ich ja anfangen. Das ist Reichweite 3, hatten wir ja gesagt. Ähm. 3 gegen 3. 2 anderes Würfel. 2 anderes Würfel. Hit, crit. Ich habe 3. Ich bin normal für 4, aber wegen dem Strain nur 3. Ja. Okay. Okay. Alles klar. Okay. Okay. Ähm. Ich aktualisiere gleich die Maske, wenn ich hier durch bin mit der Runde. Ja. Genau. Wenn wir das durchmachen. So. Wie war jetzt hier? Feuerark Front. Habe ich nichts drin. Dann ist der Gelbe dran. in Reichweite 3 und den teste ich auch schon mal gleich, über die ich auch drin hat. Ja. Ich brauche den 3. Dann fängt der Gelbe an mit zwei Stück. Jawohl. 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 Hab ich 4? Jawohl. Jawohl. Hab ich. Mann 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 man dann der Toni du. Du hast auch mein Glück du. So, machen wir nochmal. Bleiben wir nochmal. Dieser stückの triggers von den grüns. Zwei hits. Ja 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 ja. Habe ich auch grade 4. Das ist wie im real life du. Das ist wie im real life du. Das ist wie im real life. Okay. Das ist wie im real life. du bist okay bestandsaufnahme der gelbe hat ein schild verloren und vortok hat ein schild verloren und du hast eine jungkanone ich gebe das mal kurz in die maske ein vortok hat was was ein schild zwei schilde genau und welcher hat noch was verloren der rote so welcher ist der rote in der liste warte mal der roten habe ich gar nicht ein markiert hier das ist dann der erste ist ein bisschen doof kann ich ihnen die farbe verpulen hier naja alles klar der erste ist rot welche farbe der andere grüner gelb so dann haben wir das auch grün okay und der rote hat ein schild verloren zack so und du hast noch eine jungen rakete ein schild verloren zack er prüft das mal kurz auf der maske joe hat übernommen sieht auch hübsch aus dann machen wir weiter du wunderschöner also der fliegt gleich ein 1 geradeaus und so alles klar das machen wir so so was mache ich mit den kollegen hier gut hat der krieger 1 gerade außer dussel kannst du jetzt mit deinen super national reflex eine fast rolle machen wegfliegen ja gut verständlicherweise so da du drehst jetzt bestimmt hier einmal fast rolle ab warte mal warte mal so machen wir das der macht das so ok wenn soweit auch macht der man denn da ja recht lauter tony wir verstehen ich nicht also bin ich zu dir bist du fertig mein freund er ist immer er ist unsicher jetzt ist er unsicher jetzt haben wir ihn ok alles klar ich fange an mit den roten der fliegt eh nur eine 1 geradeaus weil er ionisiert ist ja mehr braucht er auch nicht mehr braucht er auch nicht ähm dann ist der gelbe dran der gelbe fliegt eine harte 2 gibt sich auch im focus und der grüne der fliegt eine 1 geradeaus gibt sich im focus also ist er geflogen der grüne so jetzt und warthrock hier wie heißt er hier du hast sie verschätzt weil du spielst ja auch gegen einen pro gamer mein freund warte mal warte mal ja du fliegst jetzt da ne das passt schon so alles klar fokus ist immer gut ok dann ist kairo dran kairo darf ja der macht natürlich seine superreflexe mhm 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 uuuh ja ist gut stopp ich hoffe dass der wieder tot sein wird obwohl du hast noch genug Leben ne mhm ich hab genug tot der wird überleben dicky ich nehm fokus nimm bitte runterrolle der hat keinen schuss der hat natürlich keinen schuss und der hat auch und der kann auch nicht schießen aber der kann schießen die haben alle den arg ausgeregt mein freund mhm ja der kann mit seiner französischen und der hier leider auch mhm na was willst du machen ja es geht nicht ob ich booste ob du boostest ja mach doch mal ist auch nicht schlecht dann kommst du bei ihnen rein ja kann er schön mit seinen cluster raketen schießen hier keine ahnung mein freund ja dann lassen wir so ja ist auch nicht schlecht und die habe ich nicht leider vertan der wird bammt jo der bammt tatsächlich aber das finde ich gar nicht so verkehrt ja könnte man ja drauf gucken ok dann äh vonno hat keinen schuss ja ein stylo ähm auf den in reichweite 2 jo das sagst du wie markiere ich die würfel nochmal hier so hallo hallo du hast doch gerade gewürfelt hier ein hit ja dann ein hit oh man der tony wie würfel ich mit denen ich würfel auch mit denen hier so dann muss ich die einfach rausholen und dann würfeln alle drei zusammen und dann ich hab doch nur ein würfel mein freund du schießt auf vortoc hm wie würfelt die nochmal mit welcher taste einfach mit der maus drauf und dann herdrücken herdrücken ok das krieg ich hin uh hab ich nicht einen fokus irgendwo gehabt ja ist er ne ähm ich überlege jetzt ob ich den fokus nehme du hast noch ein hit du hast noch ein hit gehabt ne du hast keinen würfel weil du hast den strain ah ich hab den strain tatsächlich ja dann krieg ich einen schaden richtig erkannt ähm eine schadenskarte zack aber ich darf dich in die Zielerfassung nehmen ja das darf ich und dann krieg ich mich noch ein strain ja so machst du mal deine Dings ausmachen hier ja so wo ist dann mein anderer strain da bist du gerade glaube ich rauf geflogen aber er ist ja auch Banane ja ich stehe da drauf und der ist aber wir wissen ja dass du nur einen hast genau so das war Reichweite 2 mit meinen äh seitlichen Arc ich nehme zwei Würfel hier so und dann kriegst du jetzt einen auf die Mütze von mir oder auch nicht ich gebe den Fokus aus für ein ok dann habe ich Reichweite 2 habe ich Reichweite hm hab ich ein ein ok ähm ich gebe dann tatsächlich die Zielerfassung weiter und zwar an er kann ja auch die Zielerfassung bekommen oder nicht nur wenn Reichweite 3 ja dann krieg weißt du was er kriegt als erstes die Zielerfassung ne warte er kriegt die Zielerfassung hier der gelbe ja dann kriegst du die jetzt ab ich suche die jetzt weg jetzt die schmeißt du weg ah die muss ich wegschmeißen schade dann ist der rote nimmst du eine neue und kriegst du also du musst sie selber legen bei dir ja mach ich auch so zack die geht dann auf Kylo rauf ähm dann schieße ich in Reichweite 1 drei Stück ohne Modifikation oder auch was hast du auch noch ja so und den Fokus gebe ich aus für hit 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 jetzt sieht eine Macht aus ja für mittel ok so die Zielerfassung wandert weiter ja mach ich auch die kriegt er jetzt zack so jetzt schauen wir mal was er drin hat hier da der Nix dann bist du im seitlichen Arc äh das ist der Left gleichweite 2 am Stein vorbei ja 2 ist 3 so hab ich da einen vorgelegt tatsächlich ähm ich hab ja noch diese Fähigkeit hier warte mal ich kann ein 3 0 bis 2 0 bis 2 im Seiten Arc aber ist das ja ist ja im Seiten Arc aber nutze ich nicht ich nutze dann tatsächlich die Zielerfassung ja gut und gibt den Fokus aus ähm warte mal warte mal 3 genau dann habe ich 3 Würfel jo tja ja ja hast du noch einen Fib auf die Füße dann nein ja doch die 1 hier der kann hier noch angreifen gleich der rote so und der rote greift schon 3 ich fahre der 1 an ähm 3 3 stück und für 3 hits ok so ähm Kylo 2 Schaden ich mach gleich mal du kannst mir das gleich mal durchsagen ich geh mal kurz auf meine Maske wieder Kylo 2 Schilde weg und die Macht das mit der Macht lasse ich so stehen ich hab keine Lust jetzt jedes Mal hin und her zu zwischen ähm Vortog hat einen Schaden drauf und sonst war nix mehr ne genau alles klar dann neue Runde ne neue Runde den Fokus muss ich nochmal entfernen hier ähm ich hab jetzt 2 Strain-Marker baue ich einen ab oder baue ich nein du hast einen du hast einen hast du abgebaut weil ich das geschossen habe und den anderen musst du abbauen und den Lauf ah alles klar ah einer ist ja weg ein Strain ist ja weg du hast ja auf mich geschossen ich hab den unten drunter von mir glaube ich genau dann nehme ich den hier schon mal weg und den einen den hab ich da unten drin denn pass ist ja eigentlich so jetzt schauen wir mal Talin einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir schön dass du eingeschaltet hast ähm so was machen wir jetzt hier warte warte sonst ich muss dem Talin nur hallo sagen jetzt kannst du weiter machen wieso eine Macht bitte wieder so jetzt wird spannend äh mein EU-Marker so was macht der Kollege hier hm so der der steht ein bisschen beschissen da muss ich ganz ehrlich sagen hm hm aber egal ja die ach so genau hab ich eigentlich ausgegeben ok ich bin bereit die Super Kylo Liste von der Talin sagt du hast eine Super Kylo Liste hm ja ah es ist schwierig hmh 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 Das, das, das. Warte mal, ich drehe mal kurz. So, die Super-Kailo-Karte. Da ist sie. Der Toni hat sich von so einem ahnungslosen Indonesier geklaut. Komm, wir probieren es doch. So, bist du bereit? Ja, eigentlich nicht, aber ich probiere es. Okay, alles klar. Der Rote fängt an. Eigentlich schaut er aus. Seichte 1. Und der steht eigentlich perfekt dort. Der gibt sich einfach im Fokus. Dann ist der Gelbe dran. Na, was macht der? Eins gerade auf. Genau. Steht zwar auch beschissen. Oh, bescheiden, Entschuldigung. Bescheiden gibt sich aber auch im Fokus. Dann ist der andere, der Grüne, dran. Arte 2. Würfelt. Ist ein Trümmerfeld, ne? Ja, ja. Das bekommt er auf jeden Fall. Nix. Aber ich bekomme einen Stressmarker. Das ist eigentlich egal. So, und jetzt kommt der Arc. Hier wollte ich gerade sagen, der bleibt stehen. Und bekomme Stress. Dann fangst du mit Kylo an. Ja, sprich mal lauter. Dann fangst du mit Kylo an. Ja, wie ist der, Toni? Du hast so eine schöne Stimme, weißt du? So schön südländisch. Ich mag die gerne. Ich muss nur überlegen, was zu machen. Ja, das ist Zeit. Das Problem, zu viel Beef, zu viel Schwärme. Es ist zum Heulen. Ach, Darlene. Die haben alle den Arc dort ausgerichtet. Ja, das ist egal. Es wird nur ein Schiff auf den Schiff hin können. Also muss ich nur ein Schiff überlegen. Wir benutzen die Superreflexe. Ja, dann Reflex mal. Ja, das stimmt. Hast du vollkommen recht, Harlin. Hast du vollkommen recht. Habe ich jetzt in dem Moment auch gar nicht gedacht, dass er gebumpt ist. Ne, dass ich das Stehenbleiben gemacht habe. Hätte ich tatsächlich nicht machen müssen. Da hat Harlin vollkommen recht. Der Warnock nutzt hier auch mal direkt so einen Afterburner. Ja, dann burn mal deinen After. Aber vorher benutzt er deine Schifffähigkeit. Ja. Den benutze ich immer. Und zwar die Festrolle. Und zwar die Festrolle. Für den GP-Token. Jetzt kommt der Schub, ne? Weltklasse. Die harte 1, was warst du? Ja, ich sehe gerade. Dann kriegst du Stress, ne? Ja, ich sehe gerade. Wo ist denn mein... Ich habe eigentlich noch ein Strain hier. Warte mal, den muss ich mir noch hinlegen. Ja, ich lege ihn mal hier hin. Dann schiebt der Warnock auch auf... Ja, sie sind beide, ob es bucklet oder... ...train ist. Das brennt dann auch. Das ist wieder näher. Alles klar. N, Reichweite 3. Ich habe zwei Grüne dagegen, mein Freund. Ein Hit. Stark. Das reicht sogar. Warte mal, ich könnte jetzt den Fokus nehmen. Ich nehme auch den Fokus. Das ist auf 3, ne? Ja, dann passiert nichts. Nein, kein Strain, weil es ist nicht in deinem Feuerwehr. Ja, alles gut, dass ich... Zack. Dann war es das, ne? Ja. Denn es ist Papi dran. Papi hat den hier... Ich gucke mal. In Reichweite 3. Am Stein vorbei. Jawohl. Zack. Zwei Rote. Oh, was hat er denn jetzt gemacht? So. Zwei Rote. Rote. Jo, zwei Hits. Auf Kylo. Ja. So. Gerade so, mein Freund. Gerade so. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch hier? Hier ist noch eine Macht von dir hier. Die liegt da eine Macht irgendwo rum. Genau. Das passiert dann manchmal nur ein Plan und ein Fiff vorbei. Ich überlege jetzt gerade. Ich überlege jetzt gerade, was mache ich jetzt? Ich lasse ihn jetzt mal schießen hier. In sein linken Arkt, muss das sein, wenn ich richtig habe. In Reichweite 3. Das heißt, er hat nichts. Dann ist er dran hier. Der hat dich in Reichweite 2 hier. Hat er den auch noch? Ich habe gerade den Chat ausgeschaltet. Ja, das hast du sogar keine. Ja, wir sind so ganz knapp drin. Hast du eigentlich? Da nehme ich tatsächlich... Ah, Kylo hat aber Fokus. Obwohl, ich kann ihm den Fokus wegknappern. Ich schieße auf Kylo. In Reichweite 2. Zwei Stück. Und gebe den Fokus aus. Für drei? Für zwei. Ja. Uh. Ein Schaden, Chris, mein Freund. Ja, oder? Über zwei und die Fokus nicht. Aber... Ja, das weiß Italien. Ich weiß auch nicht. Wir sprechen über Discord. Und Tony hat halt so eine leise Stimme. Ich glaube, er müsste sein Mikro mal ein bisschen mehr an seinen Rauschelbad ziehen. Einen Schaden kriegst du, ne? Mein Freund. Sofort. Wo ist denn jetzt? Einmal mit, aber warum? Ja. Egal, aber den hat ich nicht mit den Tarlinkat, sondern unten drunter. Hast du gehört? Tarlink beschwert sich. Du bist zu leise. Ich weiß. Ich versuche mir ja ein neues Mütter. Du mein neues Text. Reichweite 1. Ja, ja. Komm, mach dich bummel, die bummel. So, den hatte ich ja schon gebraucht hier, den Lümmel. Ähm. Und kann ich noch irgendwas neu würfeln? Warte, in Reichweite 0 bis 2. Warte mal. Ähm, warte. Ach nee, das ist das was anderes hier. Genau. Ähm, befreundlich Schiff über Form. Ah, guck mal, ich kann. Das ist nicht mehr Reichweiten. Ach nee, ich kann nicht, weil es ist mein seitlichen Arkes. Nee, dann bleibt das bei Hit-Crit tatsächlich. Ja, 4, 3, 1, 2. Hit-Crit, kriegst du rein. Mein Lümmel. Hallo. Äh, du kannst ihn in Discord hier auch lauter stellen. Ah. Warte mal, Toni. Ich kann dich im Discord lauter stellen. Wo mache ich das denn? Wo kann ich Toni... Ich gucke, rechtsklick. Auf dich? Ja, nicht so funktionieren wir mal in Toni. Ja, Namen, rechtsklick und dann musst du gucken unter... So, keine Ahnung, überall linksklick. Ich weiß das nicht. Kann ich ja nicht. Ich weiß nicht, wie das lauter geht bei dir. Ähm. Direkt anrufen sind wir. Ich gucke gleich mal. Ähm. Wir sind durch soweit, ne, Toni? Dann mal kurz Bestandsaufnahme. Du musst mir gleich mal, ähm, den Schaden durchsagen, den du auch drin hast. Ich habe ein Weapons-Fail. Du hast ein HP jetzt noch, ne? Ja, ja, ja. Läuft gerade. Die neue Lüte gefällt mir nicht so gut. Die Weapons-Fail, alles klar. Den hast du drin. Und sonst... Ich habe keinen weiteren Schaden, glaube ich, ne? Nö. Äh, keinen. Ich kann mich noch eine Runde haben. Okay, neue Runde. Neues Glück. Okay. Ähm. Ja, wir müssen tatsächlich nächstes Mal mal schauen, dass wir dich mal lauter stellen, mein Freund. Okay. So. Was mache ich mit den Lümmeln hier? So, der macht das. Der macht das. Was macht der hier? Hm. Machen wir mal den... Wie bitte? Jetzt wirklich gar nicht mehr, Toni. Was macht der Mann denn da? Die haben auch ein blödes Manöverrad hier, die Arx. Äh, die Y-Wings. So, was hat der denn hier? Ähm. Das machen wir jetzt. Das ist gut. Einfach Rechtsklick auf die Person. Äh, Toni, ich bin soweit fertig. Und du? Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch am überlegen. Dann überleg mal. So, ich schaue mal, wie ich dich lauter machen kann. Rechtsklick auf die Person. Profil, Server einladen, Stumpf schalten kann ich dich. Ähm. Ich kann da nichts machen gerade. Müssen wir nachher mal schauen, Toni, was wir das nächste Mal tatsächlich machen können, dass es ein bisschen lauter wird. Ja, kann so werden. Einfach das Mikro ein bisschen an deinen süßen Mund ranziehen und dann passt das, glaube ich. So, Toni, wie sieht's aus bei dir? Ja, ich will nicht gerne. Du weißt, das fällt schon unter Zeitspielen, ne? Ja, natürlich. Jetzt, wo du sagst, ist mir das klar geworden. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ähm, Tarling, aber sonst mit dem Overlay geht das alles so weit, ne? Ich muss mal hin und her zwitschen, äh, auf die Maske, weil ich nur einen Monitor habe. Aber ich glaube, das geht so ganz gut. Genau, das nächste Mal, wenn wir tatsächlich das auch machen, Tarling, äh, jetzt sind wir aktuell ja hier im Spiel noch. Oder wollen wir nochmal zwitschen? So. Hm? Ich fange an mit den Roten. Ich habe mich gerade verflogen. Ich habe vergessen, dass er in die 3 ist, äh, erbarmt. Der Gelbe. Der ist über den Stein geflogen. Rotes Manöver. Erstmal kriegt der Stress von mir. Und dann würfeln wir mal. Und der Gelbe kriegt einen Schaden. Und dann ist der Grüne dran. Der Grüne fliegt eine seichte 1. Und behältst seinen Stress. Jawohl. Ja, ich habe es mir super gemacht, weil ich wundere, ich habe es mir eingedockt. Okay, dann ist noch dein, äh, Opsi-Doc-Doc-Cander. Achso, mein 3er, entschuldige, entschuldige, mein 3er, habe ich ja ganz vergessen. Ähm, der fliegt eine harte 2. Und muss einmal würfeln für die, bin ich drauf? Ja. Ja, klar. Ähm, für die Wolke würfeln. Und dann gibt es... Ja, Strains sind gut. Immer Strains. Na gut, dann ist, äh, Kylo dran. Der macht, äh, super Reflexe. Ja, ich muss mir das mal kurz anschauen, Natalien. Ja, alles klar. Werde ich das tatsächlich nächste Mal mal versuchen, mal irgendwie ein bisschen was einzubauen. Aber danke für deine Rückmeldung. Dann gibt es ja mal Neva. Mhm. Ne, warte, ich habe schon. Ja, das ist das Manöver. Ja, Toni, wir können auch bei mir auf mein, in mein Channel, ähm, in so ein Sprach-Chat reingehen. Wollen wir das mal machen? Du meinst hier eben viel im Sprach-Chat? Ne, auf mein Discord-Server. Server. Ja, das können wir auch machen. Ach, warte. Äh, ich bin in den Fokus. Und in den Boost. Jetzt hackst du, Peter, jetzt hast du, jetzt hast du, jetzt hast du, Boxen an? Boxen an? Was? Jetzt haltst du. Jetzt haltst du. Keine Ahnung, ich habe das nicht gemacht. Ganz normal. Achso, warte mal. Jetzt besser. Ja, gut. Äh, okay. Okay, da habe ich leider das erste Manöver bei der Böckung gewesen. Aha. Da habe ich ihn. So, warte mal. Meine Token will ich mal hin. Meine Tüche auch zuerst. Ja, das darfst du. Auf wen möchtest du? Ja, wirf mal. Ich habe nicht keinen Würf. Tug dich aus, Tony. Goodbye. Jo, die nehme ich. Die nehme ich. So, dann kriege ich, äh, kriegst du einen Target-Log von mir. Ja. Und. Jo, pack mal rauf, du. Die kriegst du dir weggenommen, weil du verteidigt hast. Ja, genau. Deshalb habe ich auch keinen hingelegt. Und zwei auf I. Ja. Für zwei. Jo. Jo. Zwei auf grün. So. Die kann ich nicht in die Zierfassung, weil du zu weit weg bist. Genau. Dann bin ich dran. Ähm. Dann schießt er mal hier in Reichweite zwei, war das ja, ne? Genau. Für zwei Raute von mir. Raute. Ich gebe einen Charge aus. Kann ich ja, ne? Warte mal, wie war die Fähigkeit? Äh, das kann ich. Ja, du kannst mir selber den Charge ausgeben. Und dann wirf ich hier neu hier. Und dann wirf ich die neu hier. Nö, ein Head. Ja, ich habe ich geschossen jetzt. Ja, hier. Auf ihn hier. Auf One Rack. Ein Schaden. Die Zierfassung, ähm, bekommt er jetzt hier. Der Rote. Ja. Und der schießt in Reichweite zwei. Ebenfalls zwei Würfel. Und ich gebe einen Charge aus. Bist du in deinem Seitenwinkel? Glaube nicht. Muss ich doch nicht für den Reuel muss ich das nicht. Das ist nur für Wolfpack. Mike, du musst wissen. Warum deine 20 Chips performen, sind nicht action- Ja, ich muss in deinem Winkel sein. Alles klar, dann, okay. Alter, das geht. In deinem Winkel. Da hast du jetzt die Charge-Marke ausgeben. Ja, mache ich auch. Warte, ich komme. Ähm. Zack. Du bist bei Charge. Den darf ich nachwürfeln. Du. Einen ganzen. Einen ganzen. Dann probiere ich nochmal diese exotischen Würfel aus. Boah. Den geht schlecht. Okay. Ja. Dann hast du noch den hier. Und der gibt dann den Target-Marker weiter. Und der geht auf Kylo, der. Ah ne, der muss ja draufbleiben. So war das. Der muss ja draufbleiben. Ähm. Auf das gleiche Ziel. So, das ist auch Reichweite 2. Ja. Ähm. Und das andere ist der seitliche, der lechte. Auch Reichweite 2. Hm. Dann schießen wir tatsächlich nach vorne. Ja. Okay. Und modifiziert. Nix. Gibt's doch nicht. So, dann lassen wir mal Bestandsaufnahme machen. Die Runde ist ja dann vorbei. Ähm. Wie viel Schaden hat der Grünen? Hat der Grünen zwei Schaden oder einen bekommen? Wie Schild hat der weg? Ah, der da? Zwei. Äh, zwei Schilder. Und der Vortok hat auch zwei Schaden mehr bekommen jetzt, ne? Der hat drei insgesamt, ne? Okay. Okay. So, und Major Von Rack, beide Schilder weg? So, beide Schilder weg, genau. Und Afterburner hat's auch schon einmal genutzt, ne? Jawohl. Okay, jo. Das läuft ja ganz gut. Ja, super. Nein, also jetzt mit den, dass ich das mit dem Interface so betätigen kann, so. Das Spiel läuft nicht so gut für dich, das stimmt. Ähm. Dein Fokus packe ich mal weg hier. Für dich, habe ich gesagt. So. So. Das hätten wir mal. Ähm. Was macht der Kollege hier? Hm. Von Rack. Okay. Machen wir den Hut mal so. Ich glaube, da habe ich sogar ein gutes Gefühl bei. Z. Der. Gelbe. Der Gelbe. Hm. Jo, das machen wir so. Tatsächlich. Tatsächlich. Und der hier. Okay. Ich bin soweit, Toni. Ich darf, gut, alles klar, der Rote fängt an und der Turm drehen, das ist eine Rote Aktion. Ne, eine Weiß Aktion. So, wie war das jetzt? Ich drücke den mit Q, den drehen nach hinten, den Turm. Okay, dann ist der Gelbe dran. Ach guck mal, ich hätte von einem Proton-Torpedos auf ihn schießen können, ne? Ich dussel. Habe ich ja gar nicht vergessen. Mein Proton-Torpedo, ich dussel. Warum habe ich den hier drauf? Guck mal, ich brauche den nicht mal. Ach, ich habe eine Seiche, ich habe doch eigentlich eine harte. Naja gut, eigentlich hatte ich eine harte eingestellt. Stress bleibt. Das ist die Zielerfassung von dem hier, alles klar. Und der bleibt auch, der Stress. Ah, nee, den Warthog habe ich noch, genau. Ja, warte mal. So, und der muss nochmal würfeln, der Junge. Okay, noch ein String, ne? Ja, okay, okay. Dann ist Kylo dran, der benutzt keine Superreflexe. Da habe ich komplett vergessen. Stimmt, ich hätte ja mit einem Proton-Torpedos auf die schießen können. Mit ihnen hier, auf Vornrück vorhin. Bumm. Und mit ihnen davor auch. Die wären schon längst weg gewesen, dann die Gurken. Ja, scheiße. Komplett vergessen. Sprech lauter, Toni. Ich habe gesagt, wenn ich mich da hinrolle, also nach hinten kann der nicht mehr auf die schießen, der sowieso nicht und der auch nicht. Ja, genau. Dann bleibe ich da stehen für den Stress. Und wenn ich Kylo fertig, dann ist Vornrück dran. Ja, ich habe ja doch richtig. Ja, ich meine, ich fertig. Ah, gut. Ah, du kannst ja noch... Genau, ich kann jetzt mal eine Fastrolle machen und ich kann boosten. Fastrolle währt nix, Boost kannst du machen. Bei ist der Atom. Bei. Wo ist der Atom von dem? Okay. Ich mache erstmal den... Erstmal mache ich die... Ach, hier ist die Fastrolle. Okay. Warte mal. Ich nutze erstmal Afterburner. Mhm. Und jetzt benutze ich mal eine Schichtfähigkeit für einige Tief-Token. Das kannst du auch machen, wenn du Stress hast? Ja. Ach. Dann kann ich eine Fastrolle machen. Ja, mach mal eine Fastrolle und komm mal schön zu mir hier. Komm. Ja, ich will ja. Reichweite 1, denn. Ja, ist nicht schön. Dann kann der aber nicht auf den Tiefen gehen. Dann schießt mal auf einen roten Bomber. Achso, ich habe hier noch einen. Stark, Tony. Lass mich in Ruhe. Dann schießt es keiner. Ich bin einfach den. Ja, mach mal. Ich habe die Energie wieder hergestellt von dem Vortok hier. Oh, auch nicht schlecht. 2? 2. 1 auf grün. Ja. Jetzt bin ich dran. So, das ist Reichweite 1. Da müssen wir, glaube ich, nicht messen. Ähm, aber warte mal. Ich kann, du hast ja erstmal auf ihn hier geschossen, ne? Dann darf er ja eine Ziererfassung erstmal nehmen hier. Ähm, a friendly ship in Range No. 3. Attacker in your Arc. Ja, dann kriegt er einen Strain und du kriegst eine Ziererfassung von den Rauten. Nein, 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 nein. Der will komplett Strain. Achso, entschuldige. Entschuldige, entschuldige. Ich habe sogar bevor ich mit dem schieße, weil dann hängst du ja auf den gesungen. Aber jetzt ist die der andere. Ah, okay, alles klar. Ja. Aber da hättest du trotzdem, wäre nichts anderes gewesen, dann hättest du den Stein dazwischen gehabt, Tony. Und Reichweite 3. Hätte ich sogar noch einen Würfel mehr gehabt. Ähm, gut. Dann fängt er jetzt an und Reichweite 1. Ah, der Warhawk, okay. Drei Stück. Ähm, ich gebe mein Charge aus hier. Zack. Würfel den nach. Ah, stopp, 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 stopp. Kann ich das überhaupt? Ähm, ja, kann ich. Nee. Ähm. Doch, kann ich. Alles klar. Kann ich. Zwei Hits. Ey, ich würfel nur Augen mit denen, ne? Ich würfel nur Augen mit denen. Der ist tot. Ach nee, den hätt ich tatsächlich nicht würfeln können, aber das war eh nur ein Auge. Von daher kann ich den wiederherstellen. Den hätt ich gar nicht würfeln dürfen, den einen hier, das Auge. Das Auge hätt ich nicht nachwürfeln dürfen. Weil es ja ein Angriff ist mit für meinen... Ach so, siehst du, genau. Weil du mit dem... Du hast aber vorhin auch schon gewürfelt. Egal. Also gut, du hast mir von damit einen Charme sogar gemacht. Aber das hast du. Aber ich war mir doch klar, ich wollte lachen, wenn du irgendwie einig hättest. Aber egal. Aber dafür habe ich mir den Torpedos nicht geschossen. So. Nichtsdestotrotz kann er nochmal schießen bestimmt. Er kann schießen. Wenn Reichweite zwei am Stein vorbei... Ich habe den Chat nicht. Ist das am Stein vorbei? Also ist das... Gut. Zwei Hits. Jo, passiert nichts. Der hat nichts. Und das ist soweit weg. Neue Runde, Toni. Ah, warte mal kurz. Ich muss ja kurz die Bestandsaufnahme machen. Ähm... Der Grüne ist... Also der eine ist ja weg bei dir hier. Der ist dort. Und er hat zwei... Der Grüne hat keine Schilde mehr, ne? Der Grüne hat nichts mehr. Und sonst nichts mehr. Gut. Alles klar. Und der stellt die Energie wieder her. Die ich eben nicht benutzt habe. So, jetzt geht es hier weiter. Ähm... Ähm... So... Jo, machen wir das. Das ist gut. Ähm... Nee, das stimmt, das stimmt. Ach, Mensch, Toni, du... Du tust mir so ein bisschen leid jetzt. Ah, nein. Kommen wir erst das Live-Screen hier. Und ich jetzt hier so... Hier ist die Bestandsaufnahme. Ich habe ja gesagt, du spielst gegen so ein... So ein Semi-Pro-Gamer. Nein, mein Scherz. Ich kann das was selber nicht das Spiel, Mann. Ähm... So, was mache ich mit dem? Hm... Na, hier muss ich tatsächlich anders fliegen hier. Und zwar... So... Okay, ich bin soweit. Du auch? Hm... Ich glaube, ich bin so ein bisschen. So, Eddie? Äh... Warte. Dass ich davon die Protonentorpedos vergessen habe, das ist ja auch lustig. Ja, ich mache einfach mal so. Okay, gelb fängt an. Ah. Bin ich da rüber geflogen? Ja, ne? Ich sehe das nicht. Ich empfinde den Würfel mal. Nix. Ähm... Aber auch keine Aktion. Stress bleibt. Dann ist der Grüne dran. Der fliegt eine Eins geradeaus. Äh... Entfernt den Stressmarker. Und er dreht seinen Turm nach hinten. Dann ist der Rote dran. Der Rote fliegt eine seichte Eins. Ähm... So, was mache ich jetzt? Er dreht auch seinen Turm. Komm. Und dann ist der Dicke dran hier. Flieftige HD2 wieder. Den ganzen... Wo sind meine ganzen Streammarker? Hier, da ist noch einer. Irgendwo habe ich noch einen. Ach, da. Sprech lauter. Teile uns deine Gedanken. Da habe ich meine Gedanken geteilen. Willst du gar nicht? Komm. Ja, endlich mal. Reichweite 2. Zack. Ja, der hat noch ein bisschen Leben hier. Nutzt er die Zielerfassung, oder? Ja, ja, die Zielerfassung. Ich wollte jetzt noch ein welches Schiff. Ach so, alles klar. Der selbe ist noch frisch. Kann man nehmen den hier. Ja, ja. Hau mal rauf da. Ich habe keinen Würfel. Alles, was reinkommt, ist netto. Und dann für Stress. Jetzt können zwei Schiffe auf mich finden. Für Stress nehme ich noch einen Fuß. Ja, klar. Nehmen wir den Fuß. Ja, klar ist es immer noch drin. Ja, ja, ist egal. Das war's dann. Dann reiß weiter eins. Hm. Egal. Klar sieht das wirklich aus. Jo. Drei. Jetzt. Und ein Crid. Und eins, zwei, eins, nicht gemacht. Ja. Eins. Zwei. Drei. Und der Crid. Ziehe ich mal hier vorne hin. Da jetzt etwa. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Denkst du jetzt. Dann ist er tatsächlich weg, die Runde schon. Ja. Der ist gut. Ui, so. Aber ich kriege noch eine C-Erfassung. Ja. Der hat zu drehen. Seine Fähigkeit ist, dass er noch bis zum Ende der Phase bleibt. Ja, genau. Das weiß ich. Und ich kriege eine C-Erfassung. Genau. C-Erfassung. Aber der ist egal, weil... Jo, hau rauf, da komm. M-S-Drain. Das mache ich schon selber. Sonst warte mal. Ja, so. Ja, tatsächlich darf ich denn anfangen. Das war Reichweite eins. Ja, stimmt. Hast du auch gehabt. Alles klar. Das sind drei Stück für mich. Mit C-Erfassung. Das ist cool. Ja. Ja, aber das kommt jetzt vorbei. Bei der... Ach, schade. Ich hätte lieber mit meinen Klasse-Raketen geschossen, weißt du. Alles Banane. Guck mal. Tatsächlich gebe ich jetzt die C-Erfassung aus. Was soll's. Oh, schade. Naja. Zwei. Ja. Ja, bin ich doch tot. Gibt meinen Fokus aus. Hämmer gemacht. Und dann bin ich tot. Ach, schon vorbei? Ja. Ja, komm. Ich weiß, ein Crit war das noch? Äh... Console Fire. Ja, die... 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 War ja keine Blinks in dem Sinne. Aber finde ich war ein Blink, weil ich keinen Fokus auf OneRite hatte. Aber aus neun Würfeln viermal Fokus und fünfmal Blink ist schon... Da ist schon hart, ne? Also das ist tatsächlich jetzt 190 zu 32 ausgegangen, lieber Toni. Ähm... Hast du noch was den Zuschauern zu sagen, dass ja auch alle das verstehen? Also ich glaube... Was soll ich denn das sagen? Also Tarlin ist, glaube ich, sehr gespannt auf deine... Auf deine Antwort. Ne, alles gut. Ja? Müssen wir nochmal wiederholen. Die gleiche Liste. Ja, also ich muss sagen, ich hatte die Liste ja von Roger gespielt. Ähm... Mit den V19. Zwei mit Cluster. Zwei mit Erschüttungsraketen. Pflichtbewusstsein. Und... Ja. Und auf dem Vortok noch die Raketensalve. Fand ich auch nicht schlecht. Ach, aber die sind da auch geil durch ihren... Die haben zwei Args. Ne? Vorne primär oder... Guck mal, ich habe zwar zwei Protontorpedos vergessen. Ähm... Wo hier von Rack hier stand. Und ich mit ihnen schießen konnte. Mit den grünen, glaube ich. Und mit den roten, der hier stand. Der hat ja die Zielerfassung weitergegeben. Also es hätte eigentlich... Da habe ich gar nicht dran gedacht. Also überleg mal. Ich habe jetzt eigentlich ohne Protontorpedos gewonnen. Eigentlich könnte ich die rausnehmen. Und könnte mir noch ein Wiving reinnehmen. Du könntest aber auch ein bisschen Dreier aufwerten. Wenn du auf einmal Protontorpedos, äh... Klassmatorpedos machst. Ja, tatsächlich. Das hatte ich auch von... Wo ich mir die Liste zusammengeklickt hatte. Da hatte ich das auch überlegt. Ähm... Ich fand das jetzt aber ganz cool mit Protontorpedos. Aber ich habe es tatsächlich nicht gebraucht. Weil ich habe das in der Phase hier komplett vergessen. Wo Vornrecht stand, mit den roten raufzuschießen. Und mit den grünen raufzuschießen. Also ich schaue mir das nachher nochmal an. Ich lade das auch nochmal auf YouTube hoch. Aber, ähm... Ja. Aber können wir auf jeden Fall wiederholen. Ähm... Nächstes Mal. Jetzt ist mir jetzt auch zu spät. Schon eins wieder. Ja. So lange gezockt. Ja. Äh... Wen das gefallen hat, der darf gerne mal wieder einschalten. Äh... ein Follower hinterlassen. Toni, ich werde das sicherlich öfters machen. Oder ich nehme mir dieses Mal einen anderen Gegenspieler rein hier. Ähm... Aber das machen wir auf jeden Fall nochmal, Toni, ne? Und diesmal auch mit besserer Sprachqualität von Toni. Wir versuchen unser Bestes. Ne, also wir machen das nächste Mal mal einen Sprach-Channel tatsächlich, Toni. Und dann versuche ich dich mal irgendwie hoch zu skandalieren. Dann passt das glaube ich schon, ne? Ja, kriegen wir hin. Ich werde jetzt auch nochmal die Uhr stoppen. Das habe ich gerade gesehen. Zack. Ähm... Jo, dann sind wir auch fertig, Herr Toni, oder? Definitiv. Dann sage ich, äh... Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Toni, vielen lieben Dank für die Runde. Danke dir auch. Nicht traurig sein. Äh... Ja, die Würfel waren wirklich unterirdisch. Aber... Ähm... Ja, ich überlege mal, wenn ich die Torpedos noch gezündet habe. Ich glaube, dann wäre von Dreck auch tatsächlich schon vorher geplatzt. Ja, definitiv. Ähm... Aber war trotzdem cool. War... Liste auch interessant mit den Y-Wings zu spielen. Ich werde sie auch irgendwann vielleicht nochmal mit Arcs spielen. Wobei mit den Y-Wings finde ich sie gar nicht so verkehrt. Also, die sind auch relativ zäh. Äh... Wenn die noch keinen Crit haben, dann kriegen sie auch keinen Crit, meine ich. Ne? Das war ja auch die Schiffsfähigkeit von denen. Ähm... Und dadurch, dass die dann zwei Arcs haben eigentlich, ne? Die haben den Front-Arc und den einen seitlichen. Das macht die natürlich auch, äh... Bisschen, ja, angenehmer zu fliegen. Wo das eigentlich Panzer sind. Gut, Toni. Dann sage ich vielen lieben Dank. Alle anderen eine schöne gute Nacht. Schlaf gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüssi. 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 Vielen Dank.